Hallo, mein Name ist Marc Hesse. Wir betreuen die Region Westfalen. Wir verwenden die Finalit-Produkte seit über zehn Jahren und sind seit zwei Jahren jetzt auch Lizenznehmer des Franchise-Systems. Das hat natürlich unserer Firma nochmal einen Riesenschwung nach vorne gegeben. Denn jetzt kriegen wir die professionelle Betreuung durch die Zentrale und der wirtschaftliche Erfolg zeichnet sich dadurch ganz klar.